Nur vor kurzer Dauer. Ich kann nicht sagen, was diesen Zustand ausgelöst hat. Ich weiß, dass du mir nie verzeihen wirst, was ich getan habe. Für diese Tragödie, zu der ich beigetragen habe, gibt es keine Rechtfertigung und keine Erklärung. Ich kann sie nur hinter dem Schleier des Wahnsinns verbergen. Aber ich weiß, dass das eine erbärmliche Ausrede ist, hinter der ich mich verstecken kann. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist. Und ich bin bereit, dafür bestraft zu werden. Die Ärzte meinen jedoch, dass ich die Anstau wahrscheinlich nicht verlassen werde. Ich möchte, dass du eines weißt. Ich würde für das, was ich dir angetragen habe, tausendmal lieber im Gefängnis schmoren. Ich gebe zu, dass ich dich hier reingelegt habe. Ich wusste, dass du nicht hören wollen würdest, was ich dir zu sagen habe. Deshalb habe ich einen Freund mit diesem Brief zu deiner Schwester geschickt. Mit viel Überredungskunst konnte er sie schließlich dazu bringen, ihn dir vorzulesen. Ich danke ihr von Herzen dafür. Ich beende diesen Brief jetzt, denn ich will dich nicht noch länger langweilen. Ich liebe dich und hoffe, dass ich dir eines Tages alles persönlich werde erzählen können. Zum Glück ist mein Freund Anton immer an meiner Seite. Er war es, der zu deiner Schwester ging. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Und ich wünsche euch alles Gute. In Liebe, Vitali. Ähm... Rennen? Äh... Orange ist schlecht. Das ist super-orange. Das ist super-orange. Okay. Ich bin tot. Alter. Versagt. Orange ist schlecht. Ja, habe ich doch gesagt. Orange ist schlecht. Mini. Hier. Haben wir das jetzt gefunden? Zählt das? Ich glaube schon. Dann wäre es nur halb so schlimm. Zählt das? Du, 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 du. Aua, mein Knie. Äh, also. Also. Der Anton? Der Anton aus Tirol. Das ist nicht der Anton aus Tirol. Das ist was anderes. Nein. Der war der Anton aus der Anstalt. Anton aus Tirol. Ach, dann erzähle ich das den Zuschauern. Den interessiert das vielleicht ja doch. Also, der war, glaube ich, in einer psychiatrischen Anstalt. Aber echt. Eins fehlt noch. Dann bin ich gespannt, was passiert. Ich glaube, dann haben wir es. Eventuell. Nein. Kann er zurück? Nein. Okay. Renn. Okay. Du musst da lang. Was machst du? Lass mich da durch. Orange ist schlecht. Ist ja gut. Willst du es nicht verstehen? Ich habe doch gesagt, das ist doch unfair. Das ist doch unfair. Die Taschenlampe kann dir das Leben retten, aber pass auf, wo du hinleuchtest. Ja. Sag ich doch. Au. Brr. Brr. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Ja, jetzt zeig es mir mal, wie man innerhalb von fünf Sekunden stirbt. Das ist ja gerade der Richtige. Ja, ist ja gut. Das ist der Opi Palupi. Ich glaube, ich bin nur der Vorurteil. Ich bin nicht nur der Tony, weil der Einzelne in doch ... Ich bin nur der ... ... wie denn hier ... Und einfach nur so ... Er fang nur so? Dieser blöde Skelet野 vor uns ... Ich bin nur der W firsthand. Da kann man gar nicht raus. Ich weiß, wo du hin kannst. Da, wo wir vorhin nicht durch konnten. Ich zeig's dir dann. Ach, du meinst da, wo es quasi dieser Stein war? Ja, ich glaub, das geht weg. Weil du ein Dovi bist. Und ich glaube, du hast mich wieder in den Tod führen wirst. Nein. Ich glaub schon. Ich glaub in mir einfach. Nein. Ich kann nicht. Nicht unterm Trinken, du Held. Aus. Aus. Oh, komm. Aber jetzt sind wir's ja wohl schaffen. Äh. Äh. Okay, jetzt erwarten. RUN FOREST! Ja, jetzt ist es kaputt. Okay. Ja, jetzt ist es kaputt. Okay. Der Rest wird kaputt. Ist auch nicht zu weit. Nicht zu weit? Kannst du in den Stücken? Ja, nun? Ich weiß nicht. Darunter auch. Dann hüpfen wir. Geh weg, grauer Rauch. Bäh. Hui. Du, ich hatte doch recht. Mutter, jetzt kommst du. Aber hast du gesehen, du? Was war denn das, Mann? Ah, fängt geil. Ach, komm, hey. Ach, das ist doch... Einmal. Darf ich jetzt noch? Ja, ich glaub, wir hätten runterlaufen müssen. Wie runter? Einmal umdrehen, dann ging's nochmal nach unten. Oh, verdammt. Nur einmal runter. Hört geradeaus über diesen Pfeiler. Und dann wär's, ähm, oder? Ich hab's doch nicht runtergehen sehen. Hm. Ich bin totally verwirrt. Ich werd's wissen, wie's zu Ende geht. Verdammt. Boah, die Ladebalken. Ne, wir sind Eskimos. Wir können Eskimo-Küsse machen. Oh, da geht's schrieken runter. Oh, du warte, da geht's den Sinn in den Tod, okay. Hä, bin ich da nicht runtergefallen? Wieso du nicht? Was soll denn das? Mit Feuer kann man da speichern und uns... Ja. Jetzt können wir uns speichern und wir haben uns hier. Mhm. Jawohl. Und zwar das nächste ist... Geht nicht. Ja, du musst ja erst in das Zelt reinkriechen. Ach so. Das hab ich nicht gewusst. Da, oder? Hm, ich glaub, ich würd eher das rechts nehmen. Bis da. Das sind wir grad. Nein, wir sind links oben, Schatz. Ach so. Also das oder wie? Ja, und dann halt... Bis in die A, bis in die A. Wir sind hier. Wir sind hier und da quasi rechts runter am Baum wieder runter. Wenn du's sagst. Klar. Nee, du bist dran, du lebst schnell. Wohin? Nach Süden. Und das heißt... Warte, drehe ich mal um. Also eigentlich jetzt so runter und dann nach links, rechts, rechts. Und dann eigentlich so schnell und sehr entlang. Und dann muss ich jetzt hier runter. Hier ist die Hürde. Das heißt, du musst nach rechts gucken dann. Also hier den Weg wieder weiter entlang. So, dann wieder hier weiterlaufen. So, wie wir gesagt haben, da komm mal nicht hoch. Okay, also zieh am Fluss entlang. Am Fluss, warum eigentlich direkt vorbei. Gesundheit. Okay. Ah, warte, das ist jetzt, glaube ich, die Abgabe. Also hier, ja, also nach links, oder? Ja. Ja. Ich glaube, die... Doch, angezeigt. Ich glaube, wir sind ein Mann. Wieso? Vom Atmen her und manchmal, wenn wir mal erwischt werden, vom Schreiden. Oh, da sind die Wölfe wieder. Oh, da ist der Fluss. Wäre das eigentlich eine Abkürzung, wenn du dann nach unten kommen würdest? Nee, ne? Nee, das wollen wir nicht. Du musst es hier runterkommen. Äh, nee, da kommst du her. Du musst umdrehen. Da lang. Oh, du konztest, glaube ich, gar nicht. Ja, toll. Weißt du? Ja, okay, sieht ganz gut aus. So, demnächst müssten wir eigentlich den Baum prümpfen. Oder sehen, eher. Der Schaukelstuhl des Todes. Oh, ah, wir müssen noch mal. Also. Da ist aber vorne vorbei. Um, der Zettel, an den wir nicht herangekommen sind. Ja, das passt. Okay, wo bist du jetzt? Da müsste es gleich der Baum sein. Mhm, ich glaube auch. Und dann einfach weiter geradeaus, glaube ich, oder? Wir sind jetzt hier an dem Baum. Und wir sind von oben gekommen. Das heißt, einfach immer links halten, geradeaus, bis wir hier hinkommen. Ja, genau. Wie, was? Links? Ja, halt hier auf der linken Seite an der Mauer halten. Hier? Ja. Ich dachte, hier geht es irgendwo zu diesem Wald. Und dann vielleicht hier dann. Nee. Hier kamen wir her. Ah, ist das nicht der kaputte Wald hier vorne? Der verbrannte? Mhm. Okay, und das heißt, jetzt musst du quasi auf komplett rechten Seite sein. Hier war man noch nicht, glaube ich. Auf der rechten Seite? Mhm. Hm? Mhm. Mhm. Bei, das ist irgendwo drauf. Wah. Ahaha. Vielen Dank.